so herzlich willkommen liebe trader zu dieser session zum thema bitcoin 2018 das jahr ist ja schon ein bisschen fortgeschritten mittlerweile und wir möchten einen blick darauf werfen was wir den bitcoin und in den krypto märkten 2018 noch erwarten können doch bevor wir beginnen würde ich sie gerne bitten einen blick hier auf den risk disclaimer zu werfen devisenhandel sowie handel mit differenzkontrakten cfds stellen gehebelte anlageformen dar es besteht dabei die gefahr dass ihr vollständige ersteinlage sowie einen großteil ihrer angelegten gelder verlieren der handel mit gehebelten finanzprodukten beinhaltet ein hohes risiko ist daher nicht für alle investoren geeignet bedenken sie also sorgfältig ihre persönlichen anlageziele ihre sachkenntnis ihre finanziellen mittel ihre risikobereitschaft sowie andere maßgebliche umstände bevor sie mit dem handel beginnen sie sollten diesen risikohinweis vollständig gelesen und verstanden haben bevor sie ihre erste transaktion mit blackwell global investments uk limited vornehmen und jetzt können wir auch schon beginnen mit dem was uns erwartet und wenn wir an den finanzmärkten eine entscheidung treffen sollen was die zukunft angeht ist immer relativ hilfreich auf die vergangenheit zu blicken und deswegen habe ich jetzt hier einen chart angeworfen steht zwar oben drüber bitcoin in 2017 im wochen chart aber es ist nicht nur 2017 und das geht sondern der chart reicht weiter zurück nehmen hier das ja hier unten das jahr 2013 2014 bis 2015 hier an dieser stelle 2016 2015 bis 2016 hier an dieser stelle und 2016 bis 2017 stellen sie sich die frage warum ich das denn soweit zurück hier an werfe diesen chart das ganz einfach wir müssen uns mal klar werden was ist denn passiert in 2017 und warum war 2017 so ein besonderes jahr für diese neue anlageklasse der krypto der sogenannten kryptowährungen wenn wir uns die vergangenen jahre 2013 14 15 16 uns mal anschauen dann ist da eigentlich relativ wenig passiert 2013 war relativ wenig los bis wir dann eben ende des jahres sondern so einen kleinen anstieg hatten und wenn ich jetzt über einen kleinen anstieg spreche dann müssen wir mal rechts auf die skala schauen die geht von hier unten von null bis 1000 das heißt dieser kleine anstieg der war eigentlich schon relativ großer anstieg weil wir sind hier unten aus aus dem aus dem sehr niedrigen bereich bis auf tausend oder fast ein tausend hier hoch geschneid dann sind wir um diesen bereich der tausend rum oszilliert sind bis sie nach unten gegangen waren bei ein paar hundert euro nicht paar hundert euro sondern paar hundert bitcoin gestanden und dann hatte sich eben erst hier anfang 2017 angefangen zu entwickeln der preis ist relativ rasant nach oben gestiegen dann im jahr und was da eben ist was da eben passiert ist das schauen wir uns jetzt noch mal genau an auf was ich sie hier in diesem chartbild noch hinweisen möchte ist wenn sie sich mal die steilheit der kurve anschauen hier das geht eigentlich von hier ja sagen sagen wir ab diesem ab diesem punkt hier sehen juli geht es relativ steil nach oben wenn wir jetzt in der charttechnik und sein chart betrachten zum chart anschauen dann schauen wir auch immer auf die steilheit der kurve was wir gerne sehen würden wäre so ein eleganter 45 grad winkel nach oben dann sprechen wir von gesunden trend ist die kurve über diesem winkel von 45 grad dann können wir schon von einer übertreibung sprechen dass die märkte übertrieben steil steigen und dann ist die gefahr einer korrektur oder eines kurseinbruchs relativ groß liegen wir dagegen unterhalb dieser 45 grad linie können wir sagen dass sich der trend der gesunde trend dass der sich abschwächt und besser oder schöner zu sehen ist das ganze natürlich wenn wir in den in den tageschart hinein gehen dass jetzt bitcoin in 2017 im tageschart und das 2000 2017 stimmt hier auch nicht so ganz denn ab hier haben wir den jahreswechsel das heißt was links davon ist ist 2017 was rechts davon ist ist schon das was wir aktuell 2018 hier im bitcoin haben und da ist es eben schön zu sehen hier unten bekommen von unten korrigieren gehen weiter nach oben es kommt eine etwas größere korrektur das ist schon september bis oktober 2017 dann fängt es an wir arbeiten uns eigentlich hier im schönen 45 grad winkel dass das was ich eben vorhin gesagt habe bis november bis so anfang november nach oben und schauen wir noch mal hier unten auf die preisskala hier unten sind ungefähr bei 3000 und hier oben liegen wir dann schon im preis von 7000 dann korrigieren wir hier an dieser stelle nach unten bis um die 6000 und dann geht eben erst die rallye los das eben mitte november und dann schauen sich mal die steilheit der kurve an von mitte november bis sagen wir ja anfang dezember geht es steil steil nach oben wir verlassen den 45 diesen idealen 45 grad winkel nach oben und da dann eben diese ja diese diese end rallye des bitcoins für die jahresend rallye eingesetzt wir sind aus dem breich von 6000 hier oben in den breich von 18.000 19.000 hier angestiegen und das war eben der bereich wo jeder gesagt hat hier möchte ich noch dabei sein hier möchte ich noch auf den zug aufspringen die leute haben gehört dass ich der bitcoin eben innerhalb kurzer zeit verdoppelt verdreifacht vervier verfünffacht hat und wollten in dieser rallye dann mit sein was wir aber auch schön sehen hier im vergleich wir haben eben ja kerzen weiße kerzen aneinandergereiht ohne größere emotionen hier haben wir auch ohne größere übertreibung okay hier sehen wir ein paar emotionen nach oben raus aber die kerzen sind eigentlich relativ harmonisch dann geht es auch hier ansatzlos weiter nach oben aber dann beginnen eben die emotionen das heißt wir sehen kerzen die einen relativ kleinen körper haben und viele spikes nach oben und nach unten rausgehen hier gehen die spike schon nach oben raus ja und dann kommt eben die korrektur mitte dezember oder im letzten drittel in der letzten hälfte des dezember 2017 geht es denn dann nach unten wir haben die korrektur wir sehen eben hier viele spikes die nach oben und nach unten reichen gehen wieder nach oben korrigieren wieder nach unten gehen wieder nach oben und dann kommt eben noch mal die die große korrekturwelle in bitcoin gesehen wenn wir uns jetzt hier oben eine trendlinie einzeichnen würden würden wir sagen okay hier der abwärtstrend ist erstmal gebrochen mit dieser aufwärtsbewegung denn da klettern wir über diese trendlinie wieder hinaus aber ist das was ich vorhin gesagt habe wir schauen uns mal diese trendlinie ja ob das jetzt 45 grad ist oder darunter auf jeden fall es ist mal eine eine übertreibung gewesen was wir sagen können ist dass der abwärtstrend sich jetzt abgeschwächt hat und wir bewegen uns hier auf hohem niveau seitwärts jetzt haben wir uns das große bild das große chart bild einmal angeschaut sind dann vom wochenchart in den tageschart übergegangen und gucken jetzt noch mal kurz in den vier stunden chart was denn passiert ist die letzten tage hier im bitcoin dass das wie ich gerne eine analyse beginnen dass wir einen groben überblick über den wochenchart wenn das möglich ist verschaffe dann runter gehe auf den tageschart und dann eben je nachdem wenn ich auf tageschart basis meine entscheidung treffen möchte oder auf geringerer zeit eben zum beispiel wie hier auf dem vier stunden chart dass ich mich so vom großen bild auf das kleine bild runter arbeite und dann sehen wir auch hier wir haben wieder eine aufwärtsbewegung gehabt die letzten wochen und sind jetzt gerade dabei diese wieder nach unten abzuarbeiten das heißt der markt ist volatil und das ja das was ich suche als trader ich suche ja einen volatilen markt ein markt in dem sich was bewegt denn ich kann ja sowohl auf steigende als auch auf fallende kurse setzen das heißt auch in 2018 ist der bitcoin relativ volatil und relativ spannend für uns trader denn solche märkte suchen wir ja wir suchen märkte wo eine entscheidung ansteht wo sich etwas bewegen wird aber jetzt schauen wir uns mal an was sagen denn die anderen analysten und was was erwartet man denn so für den bitcoin 2018 da kann man ja sagen dass eben 2017 außergewöhnliches jahr für diese anlage klasse war ich habe es gezeigt anhand der riesen übertreibung der riesengroßen marktbewegung die da stattgefunden hat ja der preis des der kryptowährung trotz des einbruches am ende des jahres konnte sich eigentlich wenn wir den 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 startkurs und den endkurs nehmen fast fast verzwölffachen kann man sagen der start in 2018 wir haben es eben gesehen war jedoch nicht so erfreulich in q1 2018 dominierten bei den bitcoin investoren die bären das haben wir gesehen und ja nach dem ja der märz das war noch mal so ein schwieriger monat für den bitcoin da da etwa die hälfte seines wertes seit dem ersten januar und etwa zwei drittel seines wertes seit dem erreichen seines allzeitshoch von ungefähr 19.000 20.000 dollar im dezember verloren und zu diesem zeitpunkt kann man eben sagen dass der abverkauf im bitcoin den legendären rückgang des s&p 500 des standarden pur 500 index während der finanzkrise 2008 2009 übertroffen hat und jetzt müssen wir uns mal anschauen was spricht denn für den bitcoin was spricht denn gegen den bitcoin was sind denn so die argumente argumente für einen steigenden bitcoin für die steigenden bitcoin kurse die bitcoin bullen die argumentieren so dass die volatilität in der kryptowährung speziell im bitcoin eine lange geschichte hat und dass eben diese diese riesigen spikes und die tiefen pullbacks die wir gesehen haben dass das eben typisch für den bitcoin sei aber langfristig sei der trend beziehungsweise die aussicht im bitcoin doch stabil und sei intakt das was wir momentan sehen das wäre nur eine ausgedehnte korrektur und wenn neue investoren große investoren in den markt hinzutreten die jetzt aber nicht voll einsteigen wollen und eine eigene kryptowährung herausbringen möchten oder eben sich in sehr starken maße investieren sondern einfach größere mengen in den in den kryptomarkt investieren wollen dann wäre der bitcoin die erste währung an die sie sich wenden denn der bitcoin hat eine gewisse reputation den gibt es schon lange es ist eine der größten währungen und die sie eben wie wir gesehen haben sehr volatil dann gibt es natürlich auch die stimmen dagegen und die bitcoin bären die argumentieren dass die regierungen aufgrund der großen zahl von krypto betrügereien die es gegeben hat immer mehr versuchen werden diese märkte diese kryptomärkte zu regulieren und unter eine aufsicht zu stellen und das was wir 2017 gesehen haben an den kryptomärkten diese diese blasen bildung diese diese übertriebene reaktion das war erst ein erstes anzeichen für eine finanzmarkt blase und dann gibt es noch die theorie dass die ersten am markt eigentlich immer verschwinden das wäre damals auch so gewesen wenn wir uns das anschauen als wir in den neuen markt hinein gegangen sind die damaligen größen die die newcomer die sehr viel aufmerksamkeit erregten zum beispiel als beispiel yahoo die gibt es heute auch nicht mehr oder spielen eben heute nur eine untergeordnete rolle und das ist das was eben die bären im kryptomarkt sagen dass das ganze sehr sehr gut sein soll aber eben der bitcoin der erste sein könnte der vom markt verschwindet die kritiker die argumentieren weiter dass dem titel der innere wert fehlt das heißt als nichts dabei was ich denn messen kann und dem bitcoin fehle eigentlich fehlen eigentlich die wesentlichen kriterien die so eine asset klasse überhaupt braucht dafür haben wir all das was für eine blase spricht einschließlich des überhandels das was wir eben gesehen haben es fehlt dem bitcoin die regulation dass eben das was wir brauchen und da eben keine regulation da ist ja werden eben dem bitcoin oder bietet der bitcoin große chancen für betrügereien dass das was eben die bären auf dieser seite argumentieren grundsätzlich was eben noch für den bitcoin sprechen könnte ist dass das zweite quartal das gut zwei also vom ersten april bis zum 30 juni historisch betrachtet für den bitcoin relativ starkes quartal ist das heißt das würde jetzt dafür sprechen dass wir doch noch mal zulegen können ja und dann gab es noch eine meldung die ja anfang im ersten quartal so anfang april auch anfang nein anfang des 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 zweiten quartals also anfang april durch die presse ging das war die kryptobörse coincheck die geriet durch einen hackerangriff in die schlagzeilen und diese wurde jetzt an die monax group verkauft und die monax group ist eine private japanische firma das heißt die ist nicht staatlich sondern eine private japanische firma die eine broker lizenz hat und von den japanischen behörden reguliert wird und diese hat jetzt diese kryptobörse coincheck gekauft und da ist jetzt interessant zu sehen oder interessant zu beobachten was denn jetzt die monax gruppe mit der coincheck börse anstellen wird ob das jetzt ein boost für die kryptowährung gibt oder wie die mit der ganzen sache umgehen das noch was was die kryptowährungen beflügeln könnte daneben neben diesem ganzen bitcoin gibt es natürlich weitere kryptowährungen die 2017 noch durchaus besser performten wie der bitcoin und das ganze segment der kryptowährung bietet viel potenzial für uns trader ich habe es ja vorhin gesagt die märkte gehen rauf gehen runter die sind volatil und das ist eben genau das was wir suchen neben dem bitcoin gibt es auch noch andere kryptowährungen die ja die eventuell etwas günstiger sind als der bitcoin aber da haben wir dann wir einen extra extra vortrag hierzu sind kryptowährungen sicher da stellt der kollege so ein bisschen die vorteile der einzelnen währungen da das heißt wenn sie sich noch nicht sicher sind über die einzelnen währungen empfehle ich ihnen diesen vortrag da mal hineinzuschauen der wird schön dargelegt was die einzelnen währungen sind wo die vorteile liegen und so weiter jetzt kommt aber die frage die wirklich interessant ist um die wirklich wichtig ist was mache ich denn wie entscheide ich mich denn für ein investment beziehungsweise wie gehe ich da vor und was 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 kann ich machen wie treffe ich meine anlageentscheidung und da stellt sich eben schon die frage wir können ja grundsätzlich auf zwei varianten oder auf über über zwei methoden vorgehen ist einmal die fundamentalanalyse und einmal die technische analyse und bei der fundamentalanalyse stellt sich schon stellt sich schon die erste frage beziehungsweise ich stoße auf ein erstes problem und zwar ja was wo nehme ich die fundamental daten her auf welchen fundamental daten basiert denn diese währung überhaupt und das ist ja das was einige der kritiker anführen dass eben den kryptowährungen generell der innere wert fehlen würde an dem ich dann messen kann was denn da passiert und dass ich das richtig bewerten kann und immer wenn ich an einen solchen punkt stoße wo ich fundamental nicht viel weiter komme dann bietet sich doch die technische analyse als methode an denn die technische analyse die passiert ja das wissen sie mittlerweile auf der massen psychologie und die massen reagieren unter bestimmten voraussetzungen eben gleich und deswegen bilden sich auch dann diese muster und diese patterns an den märkten aus und deswegen schauen wir mal wie kann ich denn technisch den ganzen wert analysieren wie kann ich da vorgehen und eventuell eine anlageentscheidung treffen und das eben das was war eingangs eben schon gemacht haben technisch ich gehe einfach von groß nach klein ich schaue mir ich versuche mir einen groben überblick zu verschaffen was ist denn passiert wo stehe ich denn überhaupt momentan anhand des großen bildes dann suche ich mir struktur level heraus struktur level ist nichts anderes als die sogenannten support and resistance levels das zusammengefasst wo hat sich der markt länger aufgehalten was waren wichtige markt oder wichtige marken kurs levels für diesen markt und wo ist die wahrscheinlichkeit eben dass etwas passiert höher denn als trader suche ich ja immer solche entscheidungspunkte gehen wir weiter abwärts oder wendet der markt gehen wir aufwärts stoßen wir irgendwo an einen widerstand das sind eben diese level die uns das leben als trader erleichtern wo wir dann eben einstiegssignale finden können dann kanäle ausbrüche und so weiter das sind eben diese dinge auf die ich schaue in meiner analyse und die ich eben auch in einem solchen markt anwenden kann und dann schauen wir uns das mal an dass der chart den sie eben vorhin schon gesehen haben ich habe nur unten das volumen rausgenommen dass das ganze eben ein bisschen übersichtlicher wird und dann habe ich eben vorhin schon erklärt wir schauen uns an was passiert ist tageschart sind welche unterwegs im bitcoin 2017 der anfang war eben sehr sehr schwach wir sind hier nach oben gewandert ausgebrochen aus dieser range und dann ging es eben steil nach oben dann kam genauso steil wie es nach oben ging die erste steile korrektur die dann ihrerseits wieder korrigiert wurde und wir dann eben von hier nach hier unten gewandert sind und jetzt gibt es eben diese ganz ganz einfachen hilfsmittel die man nehmen kann wie jetzt zum beispiel diese trendlinie wir zeichnen jetzt einfach mal hier eine trendlinie ein wir verbinden die ersten hochpunkte und sehen dann der markt ist hier nach unten gewandert hat hier erst mal ein kleines tief gebildet und hat dann den bereich dieser trendlinie wieder zurück erobert das heißt wir sind über diese trendlinie hinweg gewandert haben uns dann auf der oberseite der trendlinie nach unten gearbeitet haben den tiefpunkt hier wieder angesteuert und laufen seitdem eigentlich kann man sagen seitwärts auf hohem niveau denn hohes niveau wenn ich mir das anschaue hier oben sind wir irgendwo im bereich von 11.000 hier unten irgendwo im bereich irgendwas zwischen 6.000 und 7.000 das heißt das eine seitwärtsbewegung auf hohem niveau und jetzt kommen wir in den bereich beziehungsweise jetzt kommen wir zu dem was ich gesagt habe wir schauen uns mal strukturlevel an die im markt herrschen und strukturlevel sind eben bereiche in denen sich der markt etwas länger aufgehalten hat und wir sehen es hier wir haben versucht dieses preislevel hier nach oben zu durchstoßen das nicht ganz gelungen haben nochmal anlauf genommen erst dann konnte der markt hier über dieses preislevel bei circa 8000 ausbrechen ist dann über die 8000er marke gestiegen hat es noch mal kurz nach unten angetestet und ab dann ging eben die reise nach oben als wir dann nach unten gingen erste abwärtsbewegung zwischen korrektur bei der abwärtsbewegung haben wir wieder auf dem weg nach unten hier dieses preislevel angesteuert das heißt wir könnten jetzt hier eigentlich eine zweite ja eine zweite ein zweites strukturlevel einziehen dass wir eben in diesem bereich hier unten aber eben ich schaue mal nach rechts wo wir aktuell stehen hier in diesem bereich das heißt das wäre unser erstes strukturlevel und dann haben wir sozusagen eine make or break situation das heißt entweder dieses strukturlevel hält und die wahrscheinlichkeit dass sich der markt nach oben abstößt ist groß oder aber wenn wir nach unten durchbrechen kommt die zweite möglichkeit dann erwarten wir dass der markt hier unten an diesem punkt den er schon mal versucht hat zu durchbrechen hier seinen halt findet oder eben weiter nach unten durchbricht das sind die möglichkeiten die wir haben und das sind die möglichkeiten die wir eigentlich als trader suchen die wir als trader lieben wir wissen dass hier an diesem bereich etwas passieren wird oder passieren muss entweder der markt stößt sich nach oben ab dann haben wir die ersten anhaltspunkte wo der markt hingehen könnte entweder hier oben oder eben dieses hoch hier ansteuern bricht der markt nach unten durch erstes strukturlevel zweites strukturlevel drittes strukturlevel und eventuell viertes strukturlevel das heißt ich kann mir meine trades schon vorrichten ich kann mir schon meine trading entscheidung überlegen was ich denn tun möchte und aktuell das eben das schöne wir sind an einem wunderbaren punkt wo eben eine entscheidung demnächst fallen wird was denn passiert schauen wir uns den ripple an ripple ist genau das gleiche tageschart 2017 wir sehen hat sich nicht viel getan erst dann ja ende 2017 genau das gleiche steil nach oben durch ein gewisses preislevel durchbrochen und dann ging die reise weiter nach oben dann anfang 2018 hier erst ging es nach unten korrektur weiter nach unten genau das gleiche hier strukturlinie einzeichnen dieses niveau zurückerobert und seitdem geht es auf hohem niveau seitwärts hier ist genau das gleiche entweder das make or break entweder hält dieses strukturlevel hier an dieser stelle und der markt hat potenzial dass ich hier nach oben durchstoßen kann wir dieses preis level nach oben durchbrechen und dann eben weiteres potenzial nach oben haben oder wir hier an dieser stelle nach unten durchbrechen kann wartet hier noch mal ein strukturlevel auf uns aber brechen wir hier nach unten durch ist eben hier an dieser stelle ja ist eben die wahrscheinlichkeit groß dass wir dieses dieses level hier an dieser stelle noch mal an testen und auch hier steht eine entscheidung an make or break das heißt wir stoßen uns ab oder wir gehen eben hier durch situation die wir als trader lieben ethereum im monatschart dass wir eben da mal drauf schauen auch eine kryptowährung und sie sehen wir schauen jetzt mal im monatschart drauf so lange gibt es diese kryptowährung noch gar nicht das heißt viele kursdaten haben wir hier gar nicht zur verfügung aber dass das bild ist genau das gleiche wir sehen es ende dezember 2017 anfang 2018 es ging steil nach oben genauso steil ging es nach unten und dann brechen wir das ganze noch mal runter jetzt hier nicht mehr im monatschart sondern eben hier runter auf den tageschart gebrochen dann sehen wir eben hier wunderbar genau das gleiche wie wir es bei den anderen währungen auch gesehen haben der markt geht nach oben korrigiert bewegt sich seitwärts bricht aus dieser range aus testet das ausbruchslevel noch mal an geht dann steil nach oben korrigiert und dann geht die reise nach oben und genau so geht es dann hier zweiteilig erstmal nach unten findet dann hier an dieser stelle den ersten boden wir gehen weiter nach unten testen dieses level hier an das heißt das war auch ein strukturlevel wir überspringen wieder dieses preisniveau und sind jetzt eben hier wieder an dieser marke angekommen wo wir sagen okay entweder diese marke hält und wir haben potenzial uns nach oben abzustoßen dann finden wir eben unsere ersten kurs ziel indem dass wir nach links schauen das wäre dieser hochpunkt hier das wäre aus meiner sicht dann eben ein kursziel das angesteuert werden könnte wir tragen das auf die rechte seite ab und hätten dann eben hier an dieser stelle unser erstes kursziel oder eben wir brechen nach unten durch dann ist die wahrscheinlichkeit dass wir hier unten diesen punkt ansteuern relativ hoch und sie sehen ja ich habe schon gesagt es geht um wahrscheinlichkeiten und es geht um das ausspielen von wahrscheinlichkeiten und da ist eben sehr sehr wichtig dass ihre positionsgröße die sie handeln ihrem konto auch anpassen das heißt dass sie wissen was ist denn diese währung die jetzt hier handel überhaupt wert was kostet mich das wenn diese position eventuell in einem verlust ausgestoppt wird das heißt sie müssen die positionsgröße ihrem konto anpassen und dazu müssen sie eben wissen was denn diese einzelnen positionen wert sind und da nochmal der verweis eben auf dieses auf diese aufzeichnung von sind kryptowährungen sicher diese session sehr sehr hilfreich um mal auf die einzelnen oder um die einzelnen währungen kennenzulernen das ist glaube ich das letzte drittel des vortrages der sich damit beschäftigt und ansonsten kann ich nur sagen ich wünsche ihnen viel viel erfolg bei ihrem handel und viele volatile märkte die schöne trading entscheidung bieten für das jahr 2018 herzlichen dank bis zum nächsten video bis zum nächsten video